Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gossip 1. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, nachdem wir das Ritual vollzogen haben, damit sie uns mit dem Rasierer über den Kopf gehen und uns mit einem Stempel dieses Tattoo, was wir jetzt im Gesicht haben, draufklatschen. Ja, ähm, ja, was wir zu tun haben, wir müssen in die Mine, jetzt so endlich, und müssen die Zangen besorgen. Außerdem müssen wir Grau zu Gommes bringen, wir müssen noch Alkohol im neuen Lager unterbringen, Schulden bei Skeddy muss ich noch bearbeiten, verschollener Butler, die endet irgendwie nicht. Äh, glänzt sich hier, der Skeddy noch irgendwo in der Mine steckt, verlassen hat er sie nämlich. Okay, dann muss ich da mal gucken. Wir von Brandeck, jo, Hammer, verschwundener Gardist. Das war, glaube ich, die mit Neg, obwohl wir es gefunden haben und ihm das Amulett gegeben haben. Ähm, ja, war es halt nicht so, ne? Ja, Kaderia Redford. Ist auch im Vaniten, also können wir uns jetzt raussuchen, wo wir hingehen. So, dann, äh, schmeiß ich mal eine Fackel an, denn es gab, äh, gewisse Tipps in den Kommentaren, dass ich doch im Dunkeln lieber mit Fackel rumrennen soll, sonst sieht man nichts. Da hat er vollkommen recht, und das mach ich jetzt auch. Und ja, was gibt's bei mir so Neues? Ich hab, äh, heute Morgen den Stream von Hand of Blood, Pete Smith und, äh, lasst mich nicht lügen. Ich weiß es gerade echt nicht. Ähm, wie heißt er denn? Ähm, das ist immer so, wenn man, ähm, sich den Stream anguckt, der ziemlich lange war, der ging ganze vier Stunden. Die meisten wissen wahrscheinlich, wenn sie überhaupt hier mitgucken, äh, wen ich mein. Ähm, und zwar war das, ähm, Source, und mir fällt der Kollege trotzdem nicht ein. Ähm, malet. Genau, mit Hand of Blood, äh, Pete Smith, de Peter und, äh, Stay. So heißt der Veranstalter, der, der, der Source führt. Und ja, der war ziemlich interessant, darum ging's um, äh, Twitch und YouTube halt. Ob es legitim ist, äh, Product Placement in Videos zu machen und Pipapo. Ich fand das ganz interessant, hab ich mir auch angetan. Also, wenn ihr wollt, hau ich euch diesen Link für dieses, für diesen Podcast, für diese, diesen Livestream, den sie da geführt haben, dieses Interview, ähm, in die Kommentare rein. Denn es war sehr, sehr interessant, also, das lohnt sich echt, die vier Stunden da mal sich hinzusetzen. Was weiß ich, nebenbei einfach mal, äh, eine Runde Gossip oder so zocken, oder COD, äh, CSGO oder sonst was. Und das einfach laufen zu lassen, ist wie Radio. Also, ich hab's mir halt angeguckt, weil manchmal waren die Gesichter ganz lustig. Und, grad von Pete Smith, ähm, Herr Peter, der war ganz schön starr in seiner Argumentation. Also, der hat sich regelrecht gar nicht bewegt. Oh, hau ab. Kommt der jetzt? Nee. Ähm, ja, der hat sich regelrecht gar nicht bewegt. Und da dachte ich mir, jo, dann halt nett. Und dennoch hab ich den Krams geguckt. War sehr interessant, also... Schlagen wir mal die Scavenger zusammen. Trotz Stuhlhof g'stien. Gib mir das Fleisch. Ja, war sehr interessant. Also, für jeden, der's gucken will, ich hau's mal unten in die... Beschreibung. So, war der Spot, was ich gesucht hab. Wo ist der Waran jetzt? Waran? Waran? Der ist schon tot. Ach, super. Aber du kannst schon mal nicht mein Gegner hier überlassen. Normalerweise müsste ich dich jetzt klatschen. Mann, oh Mann, ey. Manchmal... So, äh, so. Fackel rauf und zack, weiter geht's. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Gommes. Denn die Karte haben wir uns ja in den letzten Folgen schon besorgt. Ach ja. Schön, oder? Schön atmosphärisch, diese Mod. Letztes Mal hatte ich wieder, dass er zum Schluss abgekackt ist. War ich wieder sehr traurig. Grenzwertig depressiv. Ich hätte auch beinahe geweint. Aber dann hab ich mir gedacht, nein, das kommt nicht so geil in so einer YouTube-Folge. Ja. Das war so... So ein No-Go, sag ich mal so. Was für eine Stufe sind wir jetzt? Sind wir jetzt schon 10? Oh, er ist 8. Wir müssen... War es Stufe 10 oder Stufe 7? Stufe 10, glaube ich, war es, um diesen Templer auf die Fresse zu hauen. Den Karim haben wir ja besiegt. Der war ja ein nettes Problem. Ich weiß ja nicht, wieso der Templer das Problem sein soll. Oh, wir haben hier was Schönes. Wir haben hier eine Extremo hier. War das nicht Kapitel 3? Normalerweise darf ich... Ach, ich mach's einfach. Scheiß drauf. Es kann gut sein, dass diese Folge hier gesperrt wird, sobald die GEMA hier viel mitkriegt. Denn ihr wisst ja, wie die GEMA unterwegs ist. Oh, verehrte Erzbarone, geehrte Gardisten, Schatten und Buddler, ich präsentiere Ihnen in Extremo. Super. Ich liebe diesen Song. Ich hab ihn damals mit Elf kennengelernt und es war großartig. Also, so geil, in Extremo. Da muss ich echt mal Props geben dafür. So, jetzt gehen wir erst mal zu Gomez. Hi. Halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Penner. War nur eine Drohung, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Ladung Kraut für Gomez von Corkalom. Bartolo kümmert sich um diese Sachen. Gomez selbst gibt sich nicht mit Boten ab. Du findest ihn in der Kammer hier rechts hinter dem Eingang oder in der Küche im großen Turm. Nachts schläft er natürlich. Da würde ich es nicht wagen, ihn zu stören. Okay. Aber ich will trotzdem mal hier rum. Und dann speichern wir mal so. Benennen wir das mal um. D, 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 D. Gehen wir mal Gomez besuchen, würde ich sagen, oder? Oh, dann war das. Hey, du. Nee, das funktioniert nicht, mein Freund. Du bist schon eine Vize. Das wäre lustig, wenn ich jetzt noch alles ändern könnte. Das wäre so... Das ist... Wenn ich jetzt da hochgehe. Wer ist denn das? Achtow? Aber ich brauche Bartolo. Der müsste da drin sein. Bartolo! Bist du hier? Der ist nicht hier. Aber hier sind Kisten. Und ihr wisst, was das heißt. Wenn ein Gossip-Spieler mit Kisten rumhantiert, dann muss er diese auch knacken. Ist ja klar. Können wir uns erstmal an diese Truhe hier wenden. Links, rechts, 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 links, rechts, links, 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 rechts, links, 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 links für die münzen hat sich garantiert wie war das hier gehen da und dann gehen ja dann haben wir hier noch ein amulett der geistesgraf schutz von magie 8 schön und zwei tränke tränke sind immer gut so was haben wir da hinten noch das magische erz war ein buch okay die truhe brauchen schlüssel dann nehmen wir mal die haben nee 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 habe ich gar nicht anvisiert ich will aber halt doch den kerzen ständer verdammt noch mal ich dachte hier wunderschöne wacht hallo da sind immer die türen auf ist ja super bist du braucht hallo da ist er doch die tüte hatte aber entschuldigung Schade, ich kann nicht schleichen. Shit. Hey du! Er ist hier! Oh, ja, ja, ja. So, wer war denn hier? Dieb war hinten. Okay, muss ich mal gucken. Muss ich jetzt schlafen gehen? Gib mir mal meine Fackel hier. So, tschüss, ihr Arschgeigen. Ähm, ja. Da müssten wir mal gucken, vielleicht kann ich aber... Ne, Diego pennen dann auch schon. Geht es auch, sie? Oh, bei dem Lärm kann ich dann pennen. Diego! Der ist gar nicht hier. Wo ist Diego? Bis Mittag schlafen. So. Kann ich die auch liegen lassen? So. Schüssel? Ne, Schüssel war das. Hey du! Was hast du da drinnen getrieben? Äh, ich hab hier... Hey du! ...geschlafen. Bei ihm kann ich die alten Münzen eintauschen. Hier sind meine gesammelten Münzen. Gute Arbeit, gib her. Hier hast du ein bisschen Erz. Ja, bla bla bla. Okay. Mach's gut. Mach's gut. Mach's besser. Müsst du eigentlich die Devise lauten. Jetzt gucke ich mal hinten bei... Wie viele Lärmpunkte haben wir denn? 35. Oh, wir haben schon ordentlich Lärmpunkte. Taut es aber momentan auch nicht groß, gell? Hm. Jetzt hoffe ich mal, dass ich bei dem lieben Skipper... Skipper, glaube ich, war's. Fingers. Wir waren Skipper. Was kannst du mir... Komm drauf an. Ich hätte gern... Ich will lernen, wie man sich lautlos besiegt. Ich will lernen, mich laut... Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit. Aber wenn es darum geht, zu lernen... Ah, jetzt muss man... Nee. Jetzt darf ich noch eine Kavalon suchen. Der rennt doch mit dieser Mod hier überall rum. Das ist jetzt nicht so das, was ich wollte, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Das ist sehr schade. So, jetzt ist die Frage, ob ich gegen den hier kämpfen kann. Ach. Das ist doch Abfuck. Abfuck, sag ich. Ah, ja. Dann gehen wir mal zu Bartholo. Und versuchen... Obwohl diese Gardisten... ...haben mich nicht aufgehalten, in die Räume zu gehen. Das müsste ja quasi heißen, ich kann in alle Räume rein, ohne dass ich dieses Schleichen lernen muss. Das wäre eine Möglichkeit. Oder? Kavalon, äh, Fisk hat voll den Riesenbogen hier. Ein brutales Gerät. So. Komm, dann lauf mal. Kein Geschwindigkeitstrank da irgendwo. Nee. Hier irgendwas Permanentes. Nee. Schade. Lauf. Kleiner. Lauf. Los, geh mal. Schlag zu! Arschgeigen. Zimmer wird immer drauf. Ja. Immer schön hier. Lang so. Jetzt stehen sie nicht alle da. Kann ich... Oh, die Türen sind auch noch auf. Geil. D-d-d-d-d-d. Ich weiß immer mal hier. Es kommt keine. Ich höre auch nichts. Dann spiele ich die nächste Aufnahme mal mit mir. Komm her. Kommt der, Jammel? Nee. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Shit. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Ah, was mache ich denn? Zack. 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 Ja. Boah. Was haben wir da? Drang der Geschwindigkeit. Okay, okay. Wir haben Amulett. Schutz vor Warten 15. Da haben wir doch mal was. Das ist ja. Ich glaube, damit kommen wir gut voran. Da können wir mal dieses Amulett von Butch. Gott, das können wir ja verabschieden. Klatsch mit Del... Oh, so. Ich muss echt das abziehen. Was habe ich denn hier? Aha. Okay. Das kann ich ja nicht zusätzlich anziehen, oder? Nee. Okay. Okay, da muss ich... So. Da muss ich das ja tragen. Den Kerzen... Oh. Hallo? Den Kerzenständer noch mitnehmen? So. Dann habe ich hier noch eine Kiste. Rechts. Rechts. Okay. Das hängt schon auch nicht da. Rechts. 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 Aha. Rechts. Scheiße. Rechts. 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 Links. 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 Rechts. Rechts. Weh. Was haben wir hier? Nochmals Hanisch-Amulett. Alter, weil der bei Torgos läuft ja ganz schön hier. Warum hat der so viele? Ich frage gar nicht erst. So, dann haben wir hier... Ach Gott, noch eine Kiste. So. Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. 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 Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. 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 Hört mal auf und wieder Hanisch-Amulett. Ajo. Also ich kann euch sagen, was ich mit dem Amulett mag. Ich kann einfach nur verkaufen und eins behalten. Ich brauche keine drei Hanisch-Amulette. Außer ich kann sie natürlich miteinander verschmelzen, was hier in dem Spiel ja nicht funktioniert. Weil es gar nicht implantiert ist. Aber, ja, Glocken bestimmt. Was hat die da drin getrieben? Oh, 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 oh. Das ist gut. Das ist gut. Wir werden... Man muss eben aufpassen, wassen. Kampf an uns. Hi. Kommen wir mal hier zu, ne? Strau euch nicht so. So. Hier Kettenstände und Kampfkunst. Ähm, können wir von der Kampfkunst was lernen? Warte ich erst. Jagd und Beute. Kampfkunst. Erfahrung haben wir gekriegt. Wenn euch selber durchlesen. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Gerade nur. Suche mal den Schlüssel zu der einen Truhe. Ich glaube, die muss ich wechseln. Rechts, links. Links, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Rechts, links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, links. So, dann haben wir hier noch ein Amulett. Bier, Wein. Okay, Kaffee, Bier. Amulett der Stein haut. Und es wird noch besser. Jetzt kann ich die ganzen Hanisch-Amulette auf Müll schmeißen. Aber nicht hier dieses Skelett, was mich plötzlich eingreift. Oder muss ich das knacke? Nee, ich glaube, da brauche ich einen Schlüssel, oder? Da brauche ich... Äh, da kann ich knacke. Rechts, links, 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 rechts, links. Ich hab's geklagt, Leute, ich hab's geklagt! Mit dem Skelett, was plötzlich? Nee. Links, rechts, links, rechts, links, links. Hm, hm, hallo? Links, rechts, links, links, links. Rechts. Da ist keiner? Da ist einer. Das interessiert ihn aber gerade gar nicht. Leute, wenn wir den jetzt umhauen, ne? Wenn wir es schaffen, können wir hier alle Kisten knacken. Sollen wir es mal versuchen? Sollen wir mal? Sollen wir mal? Komm, wir versuchen es mal. Vielleicht kann ich den hier auf die Fresse hauen. Los, zieh dein Schwert! Die Waffe! Wenn wir niemand rüber, catch in die Gefahr! Shit. Den hätte ich locker gepackt. Locker. Locker. So, mein Freund. Alter, was geht denn jetzt ab? Boah, 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 boah. Aha, ich hab ja. Oha, Leute, ich bin so doof. Ich kann doch hier. Ne, das ist das Amulett von Butch. Ich kann hier das brutale Amulett. Oh, nee, was hab ich denn hier für den Ring? Dem der Naki-Bonus. Stärker? Das ist auch nochmal A, stärker, oder? Stärker, stärker. Okay. So, mein Freund. Moment, jetzt aber nimmer. Aber irgendwie ziehen da auch mehrere Leute hier. Oh, jetzt ist das Schwert darunter gefallen. Shit. Ich will aber das Schwert haben. Shit. Das bringt mir ja nichts. Ich muss ja... Wir lassen einfach mal wieder aufstehen. Geh grad mal hoch. Das kann gut sein, dass die mich jetzt alle angreifen. Und dann klauen die mir ja das ganze Erz. Da bringt das ja wieder nichts. Du hast wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja. Gut, da oben fängt schon an. Alles klar. Dann machen wir das grad mal nett. Auch wenn ich's gerne getan hätte. So. Gehen wir einfach mal so hoch. Gucken wir, was da oben da abgeht. Okay, da steht noch einer dann. Noch einer. Und dann können wir nochmal eins hoch. Ich will denn aber... Ich will eigentlich... Nein, ich möchte eigentlich, dass... Dass ich da die Kisten knacken kann. Mann! Das wär so lustig! Vielleicht ist was Interessantes hier in den Kisten drin. Ist da noch einer? Nee, das gibt's ja nicht. Drei Stück. Mann, oh Mann. Wie soll ich denn die denn killen? Gar nicht. Das wird nix. Lieber Dennis. Du musst, ähm... Aufgeben. Ach nein, aber ich möchte doch die Kisten. Da ist noch einer. Okay, das wird echt nix. Kann ich dann, äh... Selbstmord begehen hier? Geht das? Klappt das? Ich glaub da unten... Irgendwo waren noch... Einfach so Gegenstände, gell? Ich glaub das ist dieser große Turm in der Mitte. Ähm... Irgendwo waren noch Gegenstände. Ich mach jetzt Selbstmord. Ah! Klatsch! Das war ein Heldentod. Und hiermit beende ich die Folge. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Hau da rein! Popp! 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 Popp!